Jetzt sind wir. Fahrer. Ich hätte echt doch lieber in der Piste bleiben sollen. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Nichts. Nicht das leiseste Wörtchen möchte ich hören. Ahem. Und sonst? Freut dich schon alle auf Weihnachten? Ich wünsche mir ein neues Auto zu Weihnachten. Habe ich so geschlossen gehabt. Herrlich. Wow. Das war natürlich alles Absicht, weil ich gerade gesehen habe, dass hier ein verdammt kleines SUV rumsteht. Mit dem natürlich Reifen fehlen. Weil hier noch... Warst du das? Das war's. Das war's. Das war's.